herz Willkommende Schüler herz Willkommende Schüler und herz Willkommende 2 neue Schülerinnen neue Schüler und neue Schülerin Kati du sitzt hier und du anfängst diese Aufgabe Yuliane du sitzt hier Chantal Wommeln Yuliane und Chantal ja tauschen ich möchte Chantal hier Film also drei neue Schüler bei uns Felix Felix Sebastian und das Spielchen beginnt und wer war kurz war kurz ja 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 Sebastian ja Sebastian ähm ja ähm ich kann nicht ich bin gerade Unterricht also Sebastian also du bist neue Lehrer bei uns und schau fängt dran ab morgen die Stunde hier zu sein also ihr habt nicht mitbekommen also ihr habt nicht mitbekommen ab morgen neue Lehrer bei uns heißt heißt Herr Stüh also Herr also von also kann ihr auch Vorname Sebastian Hoppel also wie weit Felix danke Felix danke Felix ähm ich gucke an ist korrekt ist korrekt ist korrekt und und ok 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 ähm die Jahre ist auch korrekt was mit dir aus Sebastian ich sehe also diese Aufgabe ist richtig das ist falsch und das ist das ist richtig also Sebastian eine Aufgabe extra also eine Aufgabe du musst extra du kriegst neue und alle anderen geh ins und alle anderen geh ins schulhof und jetzt Pause außer Sebastian dann also also das das ist das das ist also eine Aufgabe Sebastian eine Aufgabe denn dieser ist durch du kannst auch eine Pause dann geht Sebastian ähm also das das ist korrekt und ich bewerte euch die Note wir sehen wir sehen uns gleich letzte Stunde und diese Stunde also letzte Note da gucken da gucken b 2 a 1 1 ach hier also ja Sebastian bleibt Sebastian bleibt hier deine Note ist a6 Herzlich willkommen eine Karte Gehstühle und deine Note ist deine Note ist ist leider S1 durchgefallen ähm Juliane das ist korrekt kipp mir A1 ähm Juliane das ist korrekt Felix 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 du bist so super du bekommst A2 du bekommst Chantal ist richtig du bekommst 7 7 D aber klitz klein also klitz kleine am nächste woche also am nächste woche kommt kommt Sebastian neue Lehre und ja bitte sei nett und ja na na klar die Schüler müssten lernen aber trotzdem ja und ja gib mir Daumen oben abonniert mich Glocke aktivieren und schau